Citroën und FlexBoo präsentieren mit dem Biker-Solution einen Campingbus für Motorradliebhaber. Denn der 6 Meter lange Ausbau auf dem Jumper-Transporter hat neben einem Bett im Hubdach auch eine integrierte Garage für zwei Motorräder. Mithilfe einer elektrischen Seilwinde und einer mobilen Auffahrrampe lassen sich die Maschinen verladen. Weiter vorne ist an der Beifahrerseite eine Küchenzeile untergebracht. Diese beherbergt einen Kompressorkühlschrank, eine Spüle mit Wasserversorgung und einen Gaskocher. Der Citroën Jumper wird von einem 160 PS starken Dieselmotor angetrieben. Der Preis beginnt bei 45.600 Euro.